Mein Wohnzimmer ist eingerichtet. Heute soll es darum gehen, dass euch der Kreisjugendpfarrer Maximilian Leverweigert ein oder zwei kleine Tipps gibt, wie ihr eure Medienlandschaft erweitern könnt. Und dazu habe ich euch mitgebracht einen Klassiker, eine moderne Filmempfehlung, die man unter anderem auf Netflix findet. Dann habe ich noch einen Podcast, den ich empfehlen möchte, ein Videospiel und als Abschluss noch eine ganz besondere Sache, nämlich ein Buch beziehungsweise einen Graphic Novel-Tipp. Und nun geht es schon direkt los mit dem Klassiker, den ich euch empfehlen möchte für das Winterhalbjahr, könnte man fast sagen, 2022. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Es gibt ein bisschen was sozusagen zu lesen, beziehungsweise um nochmal nachzuschlagen. Wenn ich euch diese jungen Herren, beziehungsweise davon auch einen Älteren mal ins Bild halte. Ihr seht es, ich habe bei Wikipedia geschaut. Was fällt euch dazu ein? Ja, sie schauen erwartungsfroh in die Kamera. Und ja, da ist auch ein Lehrer mit Krawatte, wo man denken könnte, nach aus welchem Jahrhundert ist der hingefallen. Und genau darum soll es auch gar nicht unbedingt gehen, um die Mode, sondern vielmehr darum, was hinter dem Bild steht. Nämlich Club der Toten Dichter heißt er auf Deutsch. Ein Film aus dem Jahr 89. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Den möchte ich euch mal vorstellen. Dead Poets Society. So heißt er auch im Englischen. Als ich kurz vor dem Abitur stand, 2007, hatte ich leider meinen Leistungskurslehrer verloren. Nein, nein, nicht was ihr jetzt denkt, wegen Dead Poets Society, sondern er ist an eine andere Schule gewechselt. Liebe Grüße an dich, Stefan, einer der prägendsten Lehrergestalten, die ich damals hatte. Er hat uns einen Film gezeigt im Leistungskurs Club der Toten Dichter. Und da geht es darum, dass ein neuer Lehrer an eine Schule kommt, an die sogenannte Welton Academy, in einem konservativen Bundesstaat. Vermont, eine fiktive Schule. Und er trifft auf Schülerinnen und Schüler, die vor allen Dingen, ja, man muss es schon deutlich sagen, sehr unter den damaligen Verhältnissen gelitten haben. Sie konnten nicht ihren freien Willen äußern. Es war eine Akademie, eine Schullehranstalt, die stark davon geprägt war, dass die, ja, man muss auch da so ein bisschen das sind nur Schüler, vor allen Dingen halt bestimmte Prinzipien lernen und diese Prinzipien dann halt auch in ihr Leben, ja, man könnte sagen, übertragen. Dass damit natürlich sowas wie freier Wille und freie Kreativität und Ausleben von den Dingen, die scheinbar wichtig sind, hinten runterfallen, kann man sich sehr gut vorstellen. Und dann kommt ein neuer Lehrer, an die Welton Academy, John Keating. Und der war früher selber dort und ist verblüfft, dass die Schüler diese alten Prinzipien gar nicht hinterfragen, sondern immer noch nach diesen Prinzipien leben. Und auch, ja, die Kreativität, das Ausleben, vielleicht auch das, was zählt, hinten runterfällt. Und er bringt Gedichte von unter anderem Whitman, Thoreau oder Frost ein und vor allen Dingen Shakespeare. Und die Schüler gründen daraufhin den sogenannten Club der Totendichter. Denn diese Totendichter, ja, die haben den aktuellen Schülern ganz viel zu sagen. Und es gibt eine Szene, die möchte ich Ihnen und euch ganz besonders in den Kopf pflanzen, wo die Schüler an der Wand stehen. Man sieht auf der einen Seite die, ja, jahrhundertealten Traditionen, die Pokale und die Bilder von den Schülern und auch Lehrern, die in die Kamera schauen. Und dann bietet der Mr. Keating, der neue Lehrer, gespielt von Robin Williams, finde ich persönlich meine Lieblingsrolle von ihm. Direkt an die Wand sollen sie stellen und auf einmal flüstert er ihnen ins Ohr. Kappe dir. Seize the day. Nutze den Tag. Und das ist vielleicht auch das Motto dieses, ja, dieses Kinofilms und des Buchs auch. Denn die zentrale Thematik ist ganz klar darauf hingedacht, dass es halt diese Durchbrechung von diesen Schultraditionen geht. Es geht nicht um Tradition, Ehre, Disziplin, Leistung. Vielleicht geht es in dieser Welt natürlich auch irgendwie darum, aber auch, dass man die Zeit dazwischen oder auch drumherum ganz besonders ausnutzt und ja, ganz viel Zeit darin hineinsteckt. Und ich möchte auch nur ganz kurz noch aus einem kleinen, aus dem Gedicht, was ich am besten finde, daraus zitieren, was auch eine wichtige Rolle hat. Ich brülle mein barbarisches Joho über die Dächer der Welt. Ich finde, das ist schon eine fast biblische Aussage, wenn es darum geht, nutze den Tag. Alles hat seine Zeit. Wir merken, alles hat seine Zeit. Und so kommen wir nun auch zu einem aktuellen Tipp der Filmlandschaft. Wenn dir heute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen würden, in ungefähr einem halben Jahr, ja, wird die Welt untergehen. Und nicht durch Covid-19 oder andere Dinge, die wir vielleicht aktuell uns sehr nahe liegen. Nein, durch einen Anschlag eines riesigen Kometen oder Asteroiden, die auf die Erde knallen wird, mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent. Das ist die Ausgangslage des Films Don't Look Up. Schau nicht nach oben, denn wenn du es siehst, kannst du es nicht mehr leugnen. Ein Film mit Starbesetzung, der mir gleichzeitig Gänsehaut gegeben hat, aber auch dann wieder einen, ja, eine Wut vielleicht auch, aber gleichzeitig auch ein Resignieren, ein Euphorisieren und gleichzeitig auch diese Mischung aus Slapstick, Komik und Absurdität, die damit einhergeht, wenn in Talkshows und Werbeanzeigen und Politikerinnen und Politiker und aktuelle Kampagnen damit umgegangen wird, auch im normalen Miteinander, was es für Reaktionen auch hat, wenn man weiß, hey, ich habe nicht unendlich zu leben. Eine sehr, sehr, ja, vielleicht auch Abrechnung mit aktuellen Debatten, die finde ich aber auch sehr starken theologischen Bezug hat. Und deswegen möchte ich diesen Film auch sehr empfehlen und Ihnen und euch ans Herz legen. Er läuft aktuell bei Netflix. Ich denke auch, dass er sehr bald bei anderen Plattformen laufen wird. Don't Look Up, denn ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir uns überlegen, was ist Wahrheit? Wem schreiben wir Wahrheit zu? Wer verfügt über diese Wahrheit? Und in Zeiten von Fake News und Fake, ja, Berichterstattungen und, ja, Wissenschaftsleugnungen und Selbstländer, Expertinnen und Experten, finde ich es ganz wichtig, wem geben wir unser Vertrauen? Wer darf über uns sozusagen, über unsere Wahrheit, die wir in unser Leben übernehmen, bestimmen? Eine ganz wichtige Nachricht und ganz wichtige Botschaft, die in diesem Film steckt. Auch wenn ich vielleicht das Ende, ohne es zu spoilern, ein bisschen absurd finde. Aber darüber können wir gerne uns unterhalten. Don't Look Up. Dann habe ich einen, ja, Podcast-Tipp. Wer mich besser kennt, der weiß, dass ich Podcast nicht, ja, höre, sondern einsauge und in mich aufnehme. Und das schon seit vielen Jahrzehnten, muss man schon mittlerweile sagen. Natürlich selber Podcast-Produzent, Licht für die Ohren. Aber diesen Podcast möchte ich gar nicht unbedingt empfehlen, sondern ich habe noch einen anderen Podcast, den ich empfehlen möchte. Wenn ich dir sagen würde, zwei ehemalige oder immer noch aktuelle Pfarrerstöchter unterhalten sich zusammen über die Bibel, über verschiedene Dinge, wie war Gott vor der Schöpfung? Warum aß Eva vom verbotenen Apfel? Und was hat die Sinnflut mit dem Klimawandel zu tun? Die Schwestern Sabine Rückert, die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit ist und Johanna Haberer, die eine Theologie-Professorin mittlerweile ist, sprechen über die Bibel. Und ich finde, dieser Podcast hat mir im Jahr 2021 und auch im Jahr 2022 schon sehr viel Freude gemacht. Ich kann ihn, ja, den nur empfehlen. Ich kann ihn dir nur sehr empfehlen. Schaut mal oder hört mal besser rein. Podcast, den kann man überall finden, auf allen Podcast-Formaten, unter Pfarrerstöchtern. Ein Podcast, der mich zum Nachdenken gebracht hat, nochmal reinzuschauen in meine, ja, große theologische Bibliothek, auch Studiums, Dinge nochmal aufzufrischen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich musste häufig lachen, musste schmunzeln. Ab und zu lief auch meine Träne runter, als ich die ja auch Erfahrungen der beiden Schwestern mitbekommen habe. Sabine Rückert, Johanna Haberer, unter Pfarrerstöchtern. Gerne mal reinschalten. Dann habe ich einen Medientipp, weiteren Medientipp für dich. Nämlich ein Spiel, was es unter anderem im Game Pass von der Xbox gibt, aber natürlich auch über weitere Plattformen, über die Switch, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und bestimmt auch bald über Handy und weitere Plattformen des Spielekonsums ermöglicht gibt. Ein Spiel, was ganz darauf beruht, nämlich unter folgender Prämisse. Ein Ehepaar möchte sich scheiden lassen und konfrontiert ihre Tochter mit dieser Nachricht und diese, ja, bewirkt es, dass sich die beiden scheidungswilligen Eltern wiederfinden in einer fiktiven Welt und so aussehen. Ich habe mal das Foto mitgebracht und sich zusammen durchschlagen müssen durch eine Welt mit einem Buch, ihrem Paar, also der personifiziert, dem Paartherapeuten von den beiden, wo sie sich daraufhin durch dieses Buch und in dieser fiktiven Welt durchbegeben hin, ja, zu einer, ja, auch Lösung dieser Frage, wie geht man mit Scheitern von Beziehungen um? Gibt es ein Zurück vielleicht auch? Dieses Spiel hat mich doch im Jahr 2021 stark geprägt und ich möchte es dir ganz besonders ins Herz legen, denn es ist auch ein zutiefst theologisches Thema, das auch sehr gut in diese Andachtsreihe passt, angedacht. Wie gehen wir mit Scheitern um? Wie gehen wir mit, auch mit den dritten, vierten, fünften Netzwerkkomponenten in diesem ganzen Konsortium um? Wenn sich zwei Menschen trennen, die vorher verheiratet waren und sich scheiden lassen wollen, gibt es dann eine Möglichkeit, damit gut umzugehen? It takes two. Es braucht zwei. Auch wenn ich es ergänzen würde, It takes three in diesem Fall, denn die Tochter hat eine sehr wichtige Rolle in diesem Spiel, ohne viel zu spoilern. It takes two, wie gesagt, gibt es auf den verschiedenen Plattformen und ihr findet nachher auch unten hier in der Videobeschreibung ganz viele Links dazu und den ganzen Medientipps, die ich gebe. Deadpool's Society, Don't Look Up, It Takes Two. Jetzt kommen wir mal zu einem deutschen Titel, beziehungsweise einem deutschen Titel im Namen, nämlich Juwai Noah Harari, eine kleine Geschichte der Menschheit. Ein Buch, was ich unabhängig von verschiedenen Medien sagen würde, es ist das Buch, was mich die letzten zehn Jahre neben der Bibel, die hinter mir liegt, am meisten geprägt hat. Es geht darum, dass wir als Krone der Schöpfung, als Homo Sapiens, ja, eine gewisse Stellung in dieser Welt innehaben. Man muss es sagen, wir sind die Krone der Schöpfung. Aber wie sind wir überhaupt da hingekommen? Wie gehen wir damit um? Was haben wir uns für, ja, auch komplexe Systeme geschaffen, in denen wir leben? Wie kam das dazu? Höchst spannendes Buch, muss ich sagen. Und ich habe es aufgenommen in meine Liste der Tipps für das Winterhalbjahr, weil es nämlich eine neue Graphic Nobby gibt, die das so ein bisschen aufgreift. Und ich möchte einfach mal so ein bisschen durch ein paar Bilder zeigen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Und ich finde das sehr, sehr schön gemacht. Ich bin ein großer Freund von Comics, natürlich auch von Mangas oder auch von belgischen Comics. Aber das hat mich wirklich umgehauen, wie schön Yuval Noah Harari, der Historiker, der mittlerweile ein großer Welterklärer ist und ich finde sehr, sehr einfachen Worten ganz komplexe Sachen gut darstellt. Und natürlich spielt da auch Religion eine starke Rolle, wie sozusagen die Homo Sapiens sich auch in der Religion auch verortet haben. Das Christentum spielt auch eine wichtige Rolle. Ich kann das Buch sehr empfehlen, ob jetzt in der gedruckten oder in der Graphic Novel, in der Comic-Version. Sehr, sehr gut, sehr empfehlenswert und ich werde es noch reichlich rezipieren im Jahr 2022. Das waren meine Medien-Tipps für das Jahr. Also nicht für das Jahr, sondern für das Winterhalbjahr, muss man sagen. Früher wird es neue Tipps von mir geben. Ich hoffe, dass dir diese Reihe gefällt. Kleine Tipps von mir. Ich freue mich, wenn du mir auch Tipps gibst, hier unten in der YouTube-Beschreibung. Mir gerne auch anschreiben. Ich bin auf vielen Kanälen erreichbar. Ich werde auch in die Shownotes meine Instagram-Adresse sagen. Pfarrer aus Leidenschaft ist da mein Name. Und ich freue mich drauf, wenn du mir Tipps gibst und wir einfach auch uns weitere Tipps geben. Ich hoffe, die haben sie gefallen. Ich finde, mich haben sie auch theologisch sehr stark weitergebracht. Ich freue mich, wenn du einschaltest zu den weiteren Formaten hier auf diesem Kanal. Und ich wünsche dir Gottes Segen. Und ich freue mich über deine Tipps. Bis bald.